So, da sind wir auch wieder zurück, ich habe jetzt auch noch mal das Bild ein bisschen klein gemacht, weil ich habe es noch mal geguckt und zwar ist unten rechts der Maniken okay, das ist bei mir immer so weit, rechts außen okay, bei manchen ist er ein bisschen weiter in, aber wenigstens weiß ich jetzt, wo die Pläge an sein soll. So, ich wollte es eigentlich jetzt so halten. Oh, mal nochmal, bevor ich dann zum Friedhof gehe, bezüglich, ich erinnere mich, ein bisschen Stoff, Holz oder sonstigen Gedöns gehen. Schau, dass man ihn nicht einfach so essen kann. So, da ist auch ein Wolf wieder. Dum-dum-dum-dum. Ja. Dum-dum-dum-dum. Schaut mich einfach mal alle machen, oder? Also jede einzelne Bienen einzeln haben. Herr Domsberg ist es ja schon sicher vor der Nacht. Herr Domsberg ist es ja schon sicher. Es ist sehr schön. Wir haben es ja gleich durch, Leute. Noch 6 Mal. Noch 6 Mal. 375 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss hier nirgends reingeln, also da oben. Ich muss hier nirgends reingeln. Äh... Ich muss hier nirgends reingeln. Ach so, die Kante muss sich erstellen. Getrockneter Daumen und getrockneter Kaninchen fällt. Äh... Ich will eigentlich... Nix. Rauswerfen. Wenn's da mal geht. Und... Was? Du kannst wegen deinem Lagerkoller nicht in geschlossenen Räumen. Äh... Ich muss hier nirgends reingeln. Ich muss hier nirgends reingeln. Ich muss hier nirgends reingeln. Nirgends reingeln. Naja... Lagerkollaps... Mein Gott. Und... Ich muss hier nirgends reingeln. Ich muss hier nirgends reingeln. Genau, dann haben wir hier die Brücke und dann haben wir dann da noch. Könnte ich hochklettern? Nein, aber nicht. Hallo? Es wird kalt, hier. Es ist Zeit für eine Hilfe. da reicht ein wolf hallo wolf was geht auf die moderne herkommst kollega habe ich keinen kaffee mehr doch wuuh Ich bin schon in der Kirche, oder was? Ja. Ich bin in der Kirche eingekommen, die war schneller als wie gedacht. Auf der Karin sieht der Abstand immer so groß aus, aber das ist aus wie zwei, drei Kilometer. Ja. Ich habe keine Söhne draufschrauben, natürlich. Das ist ein wenig. hätte ich jetzt sterb werde ich wahrscheinlich aber auch immer spiritus um Das ist ein paar Paar schon. Da war er. Ryan Smith. Was ist das? Was ist das? Das ist ein paar Paar schon. Taylor Clark Ok, hier ist auch noch ein Geduff Ok, hab ich gar nicht anmachen müssen Naja, Streitfels haben lange genug Also ich hätte das nicht so aufgeregt, sondern eher so umgegangen Aber das Ding ist Lillys Bagger Das Ding ist, äh, die Clownes Manche Clownes, ja, ne? Und das finde ich ja nicht so schön Sozusagen So Der Kaumutter wurde ein kostbares Dingestand gestohlen Finde ihn und bring ihn zurück Dann licht er nur durchs Tuch und das Haus So Steht er jetzt aber nicht Weiter was ich machen soll Ich hätte gern ein paar Äste geht das Was wird mir eigentlich jetzt auf der Karte angezeigt? Tod Không Allen Weißt Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind wir sind Wir sind Ich sehe eine X-Rotter. nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir ich war was Das ist ein neues Produkt, das ist ein neues Produkt. Ich will mich doch verarschen, Alter. Das Streichholzbrett mir eigentlich ein bisschen zu schnell ab. Ich habe sogar, weil ich das Wasser weggeworfen hatte. Verbesserte Ausruhe. Tasse Kräutertee. Meile es wissen, schon in geschlossenen Räumen zu schlafen. Verbringe Zeit und Freien, um dich zu erholen. Ich brauche nicht mehr einen Schlafsack, Leute. Kaputt. Kaputt, kaputt. Das heißt, die kann ich ja schon mal... ... 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 Ich weiß nicht, dass ein Pekadol ist, aber... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war ja klar Ich drück mal die falsche Tester Noch sechs Stunden, Alter Wolltchen Ich wollte ja eigentlich noch gucken und in meinem Häuschen züge ich das da Gab's Also scheint ja fünf Tage Was ist das Schaukelpferd? Ah 50% getrocknet Da noch nirgends wo mal vielleicht ein Schlafsack rumliegen würde, ne? Ja Could end up being useful Was ist das Schlafsack? Was ist das? Was ist das Schlafsack rumliegen? Ich bin gleich mal auf dem Boden Was ist das Schlafsack rumliegen? Da ist es die Schlafsack rumliegen Die Schlafsack rumliegen Ich schalte jetzt keinen Kaffee ab, sonst hätte ich mir das Kaffee reingezwiebelt. Es ist hell. Und fünf Stunden muss ich noch machen, Alter, ey, das... Ich weiß, ich fahre nicht in jeder Hütte und so weiter. Wenn ich irgendwo Kaffee hätte, würde ich ja Kaffee machen und dann würde ich mein Ding da hochgehen. Meine, ähm, Schläfrigkeit. Das war Metallschrott. Metallschrott ist sogar gut. Das muss mal eine Art Werkstatt gewesen sein. Nein, das ist raus. Ja, ich glaube, ich habe ja auch mal ein bisschen aufgelistet. Wahrscheinlich ist es bei der Tank... Obwohl, bei der Tank habe ich ja schon alles mitgenommen. Wow. Ich sehe es auch schon vor mir, dass ich schon sterben werde wegen Untermüdung, alter ey. Ach, hier war ich schon. Oh, ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Oh, niemand, das kann ich machen, Alter. Wie gesagt, ich werde gleich sowas von sterben. Ich weiß, was ich war, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. Die Nase schlicht, was ich nicht. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. So ein Karpel wie das jetzt echt schön gut hier im Spiel Ich glaub hier war ich auch schon Ja, ja Ja Ich wollte sagen, hier stützt das Ding ab oder was? Bleib mal hin So Dann mach ich hier nochmal kurz schnell einen Cut und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Aufnahme wieder Wovon wir ausgehen, dass wir dort sterben werden So 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 So